Im letzten Video haben wir gesehen, was die Idee hinter einer Determinante ist. Und in diesem Video wollen wir einmal angucken, wie man diese Determinante konkret für 2 kurz 2 und 3 kurz 3 Matrizen berechnen kann. Für 2 kurz 2 Matrizen ist die Berechnung sehr stumpf. Wenn wir so eine Matrix haben, so wie hier angegeben, dann bekommen wir die Determinante einfach dadurch, das für über Kreuz multiplizieren und das Ganze subtrahieren, also den Eintrag mal den Eintrag minus dem Eintrag mal dem Eintrag. Ich mache das einmal am Beispiel vor. Also angenommen, wir haben die Determinante, die wir bestimmen wollen von der Matrix 2 minus 1, 3, 2, sagen wir mal. Dann rechnen wir einfach, das ist 2 mal 2, 2 mal 2 ist 4, minus, und jetzt minus 1 mal 3, das ist minus 3, also minus, minus 3. Und deswegen ist die Determinante 7. Gucken wir noch ein zweites Beispiel an. Angenommen, wir haben die Determinante der Matrix 1, 4, minus 2, minus 1 zu bestimmen. Dann rechnen wir wieder 1 mal minus 1, das ist minus 1, minus, minus 2 mal 4, das ist minus 8, das ist also minus 1 plus 8, also auch wieder 7. Und das war es auch schon, mehr steckt da gar nicht hinter. Deutlich erschreckender sieht das bei der Determinante für eine 3x3-Matrix aus. Da habe ich hier angegeben, wie sich die Determinante für so eine 3x3-Matrix berechnet. Da sich das aber niemand merken kann, gibt es eine sogenannte Regel von Sarus. Und diese Regel von Sarus hilft uns dabei, die Determinante einer 3x3-Matrix zu berechnen. Die Idee ist wie folgt. Gut, wir schreiben zuerst die Matrix einmal hin, von der wir die Determinante berechnen wollen, machen die zwei Striche daneben, weil wir die Determinante bestimmen wollen. Diese Determinante wird typischerweise durch diese zwei Striche oder das Wort det gekennzeichnet. Und im nächsten Schritt schreiben wir dann die ersten zwei Spalten der Matrix nochmal rechts daneben, dass es so aussieht. Danach gehen wir die Hauptdiagonalen durch, also von oben nach unten, von links oben nach rechts unten. Diese drei Stück, die, die und die. Und jeweils entlang der Hauptdiagonalen multiplizieren wir. Also den Wert mit dem Wert mit dem Wert, plus dem Wert mit dem Wert mit dem Wert, plus dem mal dem mal dem. Wenn wir das haben, dann gehen wir die andere Richtung und ziehen die andere Richtung komplett ab, jeweils die Produkte. Also wir rechnen das mal das mal das, ziehen das ab. Das mal das mal das, ziehen das ab. Das mal das mal das und ziehen das ab. Und auch das gucken wir einmal am Beispiel an. Angenommen, wir möchten die Determinante von der Matrix bestimmen. 2, minus 1, 0. Minus 4, 3, 2. Und 3, 0, 1. So, jetzt sagt die Regel von Sarus. Erste und zweite Spalte schreiben wir rechts nochmal daneben. Das mache ich jetzt einmal. Das ist also die 2, minus 1, 0. Und die minus 4, 3, 2. Und jetzt brauchen wir die entsprechenden Diagonalen. Wir fangen mit den Hauptdiagonalen an. Die erste Hauptdiagonale ist die hier. Das ist 2 mal 3 mal 1. 2 mal 3 mal 1 ist 6. Das heißt, das ist 6. Nächste Hauptdiagonale. Das ist die hier. Da ist 2 mal die 0 mit drin. Also das ist 0. Weil minus 4 mal 0 mal 0 ist 0. Also plus 0. Und jetzt geht es mit der dritten Hauptdiagonalen weiter. Das ist die hier. Das ist 3 mal minus 1. Also minus 3 mal 2 ist minus 6. Also ist das minus 6. Und wir machen entsprechend mit den Nebendiagonalen weiter. So, die zeichne ich einmal ein. So, das ist zuerst einmal die hier. 0 mal 3 mal 3. Das ist 0. Also ist das minus 0. Nächste ist die hier. Das ist 2 mal 0 mal 2. 2 mal 0 mal 2 ist auch 0. Also wieder minus 0. Und die dritte Hauptdiagonale. Das ist die hier. Das ist 1 mal minus 1 ist minus 1. Mal minus 4 ist plus 4. Aber die Hauptdiagonalen werden ja abgezogen. Also ist es minus 4. Gut. Und damit haben wir auch schon alles fertig. Und wir rechnen aus. 6 minus 6 ist 0. Minus 4 ist minus 4. Also das Ergebnis ist minus 4. Und machen wir nochmal mit einem zweiten Beispiel weiter. Angenommen, wir haben folgende Matrix. Minus 2, minus 3, 0. 1, 2, 1. Und minus 1, 0, minus 1. Und auch da wieder, Regel von Sarus. Die ersten beiden Spalten schreiben wir links daneben. Das ist die minus 2, minus 3, 0. Und die 1, 2, 1. Und jetzt nehmen wir wieder die Diagonalen. Wir fangen an mit den Hauptdiagonalen. Die erste Hauptdiagonale ist die hier. Minus 2 mal 2 ist minus 4 mal minus 1 ist plus 4. Nächste Hauptdiagonale. Das ist die hier. Da taucht die 0 auf. Da passiert also nichts. Das ist also plus 0. Nächste Hauptdiagonale. Das ist die. Das ist minus 1 mal minus 3 ist plus 3 mal 1 ist plus 3. So, jetzt kommen wieder die Nebendiagonalen. Das ist einmal die hier. Da ist die 0 mit drin. Da passiert nichts. Also das ist minus 0. Nächste Nebendiagonale ist die. Da ist ebenfalls die 0 drin. Da passiert auch nichts. Also man sieht schon, wenn mehr 0 drin sind, ist es besser. Das ist einfacher zu rechnen. Und dritte Nebendiagonale. Das ist die. Und das ist minus 1 mal minus 3. Das ist plus 3. Und weil die Nebendiagonalen abgezogen werden, ist es also minus 3. Gut, das rechnen wir einmal aus. Und auch das wäre ganz einfach. 4 plus 3 minus 3. Das ist plus 4. Und das ist die Regel von Sarus. 6. 6.